Gisem spricht für DDEF und DDEF-Jugend. Das ist eine Partnerorganisation von uns und sie wird uns jetzt was erzählen können. Hallo, ich bin die Gisem von der DDEF und DDEF-Jugend. Liebe Freundinnen und Freunde, auch dieses Jahr, am 8. März, am internationalen Frauenkampftag, sind wir auf den Straßen und Plätzen. Denn seit nun fast einem Jahr leiden wir unter den Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine und noch länger schon unter der heftigen Krise und Inflation, die von Tag zu Tag immer mehr unsere Existenz bedroht. Mit mickrigen Einmalhilfen versuchen wir uns seit Monaten über Wasser zu halten und warten in vielen Bereichen vergeblich auf einen Inflationsausgleich, während von einer Nacht auf die andere 100 Milliarden Euro in Form eines Sondervermögens für die Bundeswehr locker gemacht werden können und gleich darauf die nächsten 300 Milliarden diskutiert werden. All das spüren wir als Frauen jetzt stärker denn je. Die Armutsquote in Deutschland hat in diesem Jahr einen neuen Höchststand von 16,1% erreicht. Das heißt, mehr als jede sechste Person ist mittlerweile von Armut betroffen und darunter sind überdurchschnittlich viele Frauen. Auch im Alter macht sich dies für Frauen bitterspürbar. Jede dritte Frau erhält laut einer neuen Anfrage an das Ministerium für Arbeit trotz 40 Jahren in einer Vollzeitbeschäftigung weniger als 1.000 Euro Rente. Denn es sind vor allem Frauen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, es sind vor allem Frauen, die in sogenannten systemrelevanten Berufen unterbezahlt werden und es sind vor allem Frauen, die selbst im selben Job bis zu 7% weniger Lohn erhalten als ihre männlichen Kollegen. Der unbereinigte Gender Pay Gap liegt bei 18%. Rechnet man den Wert von 18% in Tage um, arbeiten Frauen vom 1. Januar an 66 Tage kostenlos. Deshalb markiert der 7. März 2023 den Equal Pay Day. Dass unter diesen Bedingungen nun im dritten Jahr in Folge darauf noch ein Reallohnverlust einfach nicht mehr stemmbar ist, machen aktuell die vielen Frauen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, deutlich. Bundesweit sind sie am Frauenkampftag im Warnstreik, um ihre Forderung nach 10,5% mehr Lohn laut zu machen und diesem Kampf gilt unsere volle Solidarität und Unterstützung. Egal ob als Beschäftigte in der Pflege, im Sozialen oder aber auch in der Fabrik, wir können uns unser Leben einfach nicht mehr leisten. Hinzu kommt für viele Frauen, dass sie neben dem Job zu Hause obendrein noch die Sorgearbeit allein bewältigen müssen. So sind es zum Großteil Frauen, die in Teilzeit oder in Minijobs arbeiten und mit ihrem ohnehin ungenügenden Einkommen während der aktuellen Teuerungen weiter in die Armut rutschen. Viele von ihnen sind dadurch finanziell abhängig von ihrem Partner und ein selbstbestimmtes Leben wird jetzt noch einmal unmöglicher. Mit der immer weiter steigenden Abhängigkeit wird auch der Schutz vor Gewalt schwerer. Wer die Partnerschaft nicht einfach verlassen kann, hat bei dem Mangel an Schutzräumen und Beratungsmöglichkeiten nun einmal nicht einfach so die Chance vor häuslicher Gewalt zu fliehen. Seit der Pandemie sind steigende Zahlen von Gewalt an Frauen die schrecklichen Folgen dessen. Über 114.000 Frauen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt, wobei die Dunkelziffer leider noch viel höher ist. Wir sehen, dass Gewalt ein Strukturproblem ist, denn jede einzelne von Gewalt betroffene Frau ist eine zu viel. Deshalb fordern wir am internationalen Frauenkampftag mehr Beratungs- und Hilfsangebote für Frauen, mehr Frauenhäuser, bessere finanzielle und personelle Ausstattung von Frauenhäusern. Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit und ein Inflationsausgleich, der zum Leben reicht. Sichere und beständige Arbeitsplätze. Keine Toleranz für Sexismus und Rassismus, egal ob in der Schule, Uni oder im Betrieb. Und für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Paragraf 218 und 219 abschaffen. Der internationale Frauenkampftag zeigt uns heute die Notwendigkeit, umso mehr unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam auf die Straßen zu gehen. Solidarität ist unsere größte Stärke. Wir stehen solidarisch mit den Frauen im Iran, die um ihre körperliche Selbstbestimmung kämpfen. Wir stehen solidarisch mit den Frauen in der Türkei und in Syrien, denen trotz der Erdbebenkatastrophe besondere Schutzmaßnahmen verwehrt bleiben. Lasst uns entschieden, den gemeinsamen Kampf für Solidarität und Gleichberechtigung auf die Straßen tragen, um heute und auch morgen für ein Leben in Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zu kämpfen. Hoch die internationale Solidarität! 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 Untertitelung des ZDF, 2020